Der Chat ist Toxic. Wo mein ich denn an? Keiner aus dem Tor, find ich gut. Text Chat. Alle zulassen. Perfekt. Es ist schön, dass Chris AFK ist. Hä? Bin wieder da. Ja, jetzt. Du hättest auf den Ball fahren sollen. Das wusste ich, aber gleich war ich an den Einschirm. Ohne Chris Katt ist AFK. Und wir hatten Glück, dass die den ersten Ball voll verhauen haben. Und Yann macht einfach alles alleine. Ja. Ja, no. Kein Ding für den King. Oder wie sagt man da? McDonalds. McDonalds. Ja, genau. Vor allem ist Burger King der kein Ding für den King. McDonalds. Boah, schöner Pitch, Ende. Jetzt ist der Burger Kick, oder bist du die Salle auf? Ich mach, ich mach. Nice. Bären. Echt? Leute? Ähm, Pse, nein. Oh, Leute. Oh, schön. Oh, oh. Das ist jetzt nicht schön. Oh, nicht so schön. Ne, ne. Hä? Hä? Was hat grad passiert? Ich hab den irgendwie zweimal verrührt. Ah. Warum prallt der sich komisch ab? Was ist denn? Ah, ich wollt den verlängern. Ah. Nein. Ah. Hab ich, hab ich, hab ich. Oh mein Gott. Nein. Hä? Kannst den, kannst den nochmal bringen? Ne, ich bin so. Dein. Lol, Was war das? Der geht zu uns rein. Nein, super leid. Oh scheiße. Sorry, sorry, das war ab. Ah. Dieses Flammending passt überhaupt nicht zu seinem Banner. Ich hab auch dieses Flammending drin. Ja. Das sieht echt hässlich aus. Okay, 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 ich war jetzt über voll, damit du nicht getroffen hast, deswegen war ich grad voll neuchterneinander, oh mein Gott, wollt ihr ne Chance lassen? Ja, sag mir das aber bitte vorher, mach die ganze Zeit schon die schnellen Anspielungen, normalerweise stehe ich ja immer vom Tor rum, wenn ich nichts hinfahren muss, aber diesmal nicht und diesmal geht er natürlich raus. Nice. Oh mein Gott! Oh mein Gott, wenn der reingegangen wäre, ist der so geil gewesen, wir haben beide zusammen geheilt. Echt? Oh Mann, ich dachte schon, ich hab den so von unten geheilt und du hast rot drauf gehauen. Lol. Ich hab halt gesehen, dass du da irgendwo bist, aber... Machst du den? Oh mein Gott, warum ist der nochmal hergekommen? Oh, wer wohnt in der anderen, das kassiert im Meer. Ich hätte springen müssen, ich dachte, es reicht, wenn ich nicht springe, aber ich bin ja nicht okay. Okay, ich hätte... Oh... AAAAAAAAAAAH! Oh mein Gott, ich hab ihn. What the? Da? Ja? Oh lol Nein! Normal? Ja! Du Kakaas, Alter! Hab ich die weggehauen? Ja! Ups! Ich hab nicht mal was gespürt, Junge! Oh! Das ist eine Beleidigung! Das ist also, das ist jetzt hart! Also eher nicht so hart, aber dann! Soll also nicht verkacken! Nein! Okay! Ja! Ja sag ja was, Jan! Nö! Nö! Das war die Rache von vorher! Was für Rache, Bitch! Oh Scheiße! Alter! Los Leute! Ich hätte den Team im Tor zu stellen! Ja! Ich war nicht da genug dran! Und Chris war... Warum ist Chris einfach nicht so klein? Ja! 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 Ja genau, komm ich lande einfach auf dir drauf, weil darauf hab ich Bockmann. Oh, schade. Oh nein! Nein! Nein Christ du Arsch! Nein, das ist grad nicht passiert! Dafür kann ich jetzt aber nicht. Ja, oh mann. Erst halt Jan meint Ball auf und dann du.